Ja, hallo und herzlich willkommen zu Bärshow 244, heute, ähm, ich weiß nicht, wenn ich die Folge hoch darf, zu reagieren, denn ich will enthält, in Singen, wie schon an einem Land der Show in Württemberg. Das hat gerade zögert reagiert. Ja, wie geht's mit euch? Heute ist, das war mir gerade Montag. Zweiter Tag meines Filmjahres. Ich werde, ähm, mit dem Satz dem Bobby jetzt hier und freiwillig mit mir noch hallo, wenn es freizt, ein schönes Bild. Alter, ein bisschen, aber mach ja, mach's mal. Ähm, ich geh zu dem Stück. Ähm, das gucken wir uns jetzt mal selber an. Nein, ähm, ich werde auch mal auf, 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 auf. Das ist verzögert, ne? Jetzt. Ronaldo schließt die 5. Marke an die Tore. Da kann man nur sagen, ähm, Gehl, äh, tut gut. Ich find's gut, dass, ähm, den Jubel, den Neujubel von Marco Reus und den Aubameyang fand ich sehr lustig. Weil es sich der eine oder andere fragt. Ich fand's gut. Äh, ich freu mich auf das Stalke 3-0 verloren hat in Dortmund. Das ist ganz ehrlich. Musik ehrlich zugehen. Ich bin nämlich hier. Auf die Dortmund der Seite. Ähm, ja. Ich hab aber viel dazu. Eigentlich, ich bin nicht. Deswegen hier, äh, ein Cut. Vielleicht mach ich noch ein bisschen was dran. Bezweifel ist deswegen hier. Das war die Bärshow. 2.15. Ciao.